Hallo, ich erzähle über meine Ergebnisse nach unserem Brau-Ring-Kollagenen. Das ist eine coole Verpackung. Ich glaube, alle haben schon gesehen, alle kennen sie schon. Und die kleinen Flächen sind sehr bequem. Ich war gerade vor kurzem in Madrid bei einer Konferenz und ein paar von diesen kleinen Flächen in die Tasche geworfen. Keine Probleme bei der Sicherheitskontrolle und Wecker. Ja, ich hatte eine Falte zwischen den Augenbrauen. Ja, ich habe sie immer noch, aber nach einem Kurs von Kollagen, ich bin jetzt bei dem zweiten, plus ich nehme auch Milorun. Und das ist mein Ergebnis. Sie ist gar nicht mehr zu sehen. Und hier die Augenpartie. Ich bin schon 42, nicht mehr 20. Ja, ich habe hier noch ein bisschen beim Lächeln. Aber sie verschwinden. Sind wir kleiner geworden? Also das empfehle ich auf alle Fälle. Dieses Produkt für eure Schönheit auch von innen. Hallo, mein Name ist Anna Novikowam, Silber-Mastermeister von Coal Club. Als wir dieses neue Produkt bekommen haben, Brummering-Kollagen, habe ich das sofort probiert. Sofort akzeptiert. Welche Ergebnisse habe ich schon registriert? Schon nach drei, vier Tagen gab es ein besseres Hautgefühl, eine bessere Hautstrahlung, besseren Taint. Das habe ich mir nicht eingeredet. Das haben auch andere Menschen gesehen. Und danach wurde Brummering eines der Favoriten. Ich benutze es durchgehend. Und jede Frau, meiner Meinung nach, sollte dieses Produkt beihaben, weil wir unsere Schönheit unterstützen müssen. Wir bleiben jung. Wir sehen super aus, wenn wir das nehmen. Meine Empfehlung wäre, lieber vom Schlafen gehen. Ich schlafe es, ich trinke es vom Schlafen gehen. Hallo, ich bin Natalia Asamaskina und heute erzähle ich über mein wunderbares Ergebnis nach, Collagen. Meine Hautfarbe, mein gesamtes Hautfeld und feuchter. Und meine Lippen sind ein bisschen größer und plumber geworden. Meine Haare sind schöner, die sind dichter und glänzender. Also dieses Produkt ist für alle, die schon aussehen wollen. Ich benutze es so, ich vermische es mit dem Trinkwasser und trinke mit meinem Trinkwasser. Das ist ein leckeres Getränk. Ich wünsche euch auch schöne Ergebnisse und seid gesund.